Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Lars von Rohenergie. Vielen Dank, dass ihr vorbeischaut. Ich habe eine tolle Nachricht und zwar, ich habe ein cooles Video gefunden beim Dr. MacDougall auf seinem YouTube-Channel und habe ihn um Erlaubnis gebeten, ob ich es denn benutzen darf, ob wir es benutzen dürfen, die Alexander und ich. Und er hat ja gesagt. Ja, super. Und ihr werdet jetzt einfach mal sehen, wirklich den Beweis dafür, wer besser ist, Low-Carb-Gurus oder Vegane-Gurus, wer man denn eher vertrauen sollte, wenn man seine Ernährung umstellt, ob man also eher Low-Carb macht oder eher sich pflanzlich ernährt mit einem hohen Anteil an Kohlenhydraten. Viel Spaß beim Zugucken und bis bald. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.